So meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Zunächst einmal begrüße ich ausschließlich die Hörer von 1Live und die Zuschauer von 1Festival. Das WDR Fernsehen wird ungefähr sieben Minuten später erst zu uns stoßen. Schön, dass ihr da seid über eine freie Themennacht. Wir können uns also über alles unterhalten, über das ihr gerne sprechen wollt. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse domian.wdr.de und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die E-Mail mit hineinzuschreiben. So, der erste Anruf heute Nacht ist Paolo. Paolo ist 17 Jahre alt. Hallo Paolo. Hallo. Hallo. Weswegen grüßt du an? Ja, es geht darum, also ich stehe halt auf Jungs und meine Klassenkameraden kommen damit nicht so sehr klar. Seit wann wissen die Klassenkameraden das denn? Seit Anfang Sommer, also Anfang Juni. Ach so, so frisch das Ganze. Ja. Und seit wann weißt du das, dass du eher, oder dass du auf Jungs stehst und nicht auf Mädels? Jetzt knapp ein Jahr, also im nächsten Monat. Ja. Seit wann? Nicht seit wann, sondern wie kam das? Hast du da eine Erinnerung dran? Wie ist dir das klar geworden? Also da war so ein Junge und ja, wir haben uns angefreundet und irgendwann sind wir dann auch halt zusammengekommen. Ach so. Das war voriges Jahr. Mit dem hast du dich angefreundet und ihr seid zusammengekommen? Ja, genau. Bist du mit dem immer noch zusammen? Nee, wir sind schon wieder getrennt, aber ich habe im Moment einen Freund wieder. Ah ja. In zwei Wochen. So. Wie hast du denen das denn dann, wie haben die das denn genau mitbekommen, die in der Schule? Ja, also wir haben Abschlusszelten gehabt. Ja. Und ja, wie das so ist, dann trinkt man noch ein bisschen was. Ich habe halt ein bisschen zu viel getrunken. Und dann kam jemand zu mir und meinte, das hat mich dann so gefragt halt. Ob du schwul seist? Ja, genau. Und ich habe dann, weil ich dieser Person vertraut habe, ich Ja gesagt und sie hat das dann einfach weiter erzählt. Oh. Also die hatten schon irgendwie so eine Ahnung, dass... Ja, schon länger. Schon seit der fünften Klasse eigentlich. Aber da wusste ich das noch nicht. Ach so. Echt seit der fünften Klasse? Haben die das gedacht schon und du noch nicht? Ja, und das... Und diese Beziehung, dieser, ja, der Kontakt mit dem Ersten, in den du dich verliebt hast, der lief ganz geheim, der Kontakt? Ja, das wussten nur meine Freunde. Ja. Also im engsten Freundkreis halt. So, jetzt sagst du, die kommen damit nicht klar. Was heißt das? Ja, also die schließen mich eigentlich in allen aus, in, ja, in Klassenangelegenheiten, jetzt so, Klassenfahrten und sowas, wenn wir das selber bestimmen dürfen. Echt? Mit Klassenfahrten sogar? Ja. Die sagen, die wollen dich nicht dabei haben, weil du schwul bist? Ja, genau. Und im Sportunterricht halt auch, wir haben getrennt, Junge und Mädchen halt. Ja. Und ich bin halt dann immer der Letzte, der ausgewählt wird. Und dann auch nur mit Widerwillen werde ich dann gewählt. Also bei irgendwelchen Spielen oder so? Ja, genau. Ja, das ist nicht schön. Aber sag mal, mit den Klassenfahrten, die sagen ganz offen, dass sie dich nicht dabei haben wollen, weil du schwul bist? Ja, das sind eigentlich nur die Jungs. Also die Mädels stehen eigentlich alle hinter mir. Ja. Seitdem. Ja. Das sind halt nur diese zehn Jungs, die jetzt in der Zehnten da sind. Achso. Und da ist kein einziger Junge bei, der so ein Verbündeter von dir ist? Nee, Verbündeter nicht. Aber da halten sich zwei raus. Die halten sich da komplett raus und mischen da auch nicht mit. Und der Freund, den du im Moment hast, ist der auch von eurer Schule oder von woanders? Nee, der kommt aus Wuppertal. Der ist auch zwei Jahre älter als ich. Ah ja. Ja. Kriegen die Lehrer das auch mit, dass die anderen dich so behandeln? Nee, die Lehrer kriegen das gar nicht mit. Ja. Ja, aber die wissen das wohl, weil meine Freunde, die haben das mal gesehen, dass ich leide darunter. Ja. Und dann sind die halt zum Lehrer gegangen und haben denen das dann gesagt. Freunde, das sind dann Freundinnen oder wie? Ja, das sind dann meine Freundinnen. Deine Freundinnen in der Klasse. Ja. Also jetzt aus der Ex-Klasse, weil die jetzt die Schule gewechselt haben. Ach so. Ach so. Das heißt, du bist jetzt ganz alleine in der Klasse? Ja. Ohne engen Kontakt? Ja. Geht es denn auch so weit, dass die dich beschimpfen oder dass sie sogar irgendwie körperlich Gewalt anwenden oder sowas? Körperliche Gewalt nicht, aber beschimpfen, ja. Und was sagen die? Äh, ja, eklige Sachen halt, ne. Sag mal ein Beispiel. Ja, dumme Schwuchte, geh weg doch, die Puff und sowas, sowas sagen die halt alles. Ja. Wie wehrst du dich dann? Was sagst du dann? Ich sag gar nicht, ich verziehe mich dann meistens immer. Ja. Ist eine blöde Situation, Paolo. Ist wirklich eine blöde Situation. Und die Idioten sind die anderen. Ist ja völlig klar. Wenn aber so die ganze Männerriege aus der Klasse gegen einen ist, oder fast die ganze, ist das natürlich schon erstmal schwer damit zurecht zu kommen. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn du denen einfach mal verbal, also mündlich Paroli bieten würdest. Ich habe so ein bisschen Eindruck, du bist auch ein bisschen schüchtern. Und ziehst dich dann gleich zurück, wenn die dich beschimpfen. Denk dir doch mal ein paar passende Antworten aus und gib denen mal so richtig Kontra. Ja. Vielleicht weist die das in ihre Schranken. Ich finde es ja letztendlich gut, dass du geoutet, so sagt man das ja, also dass es öffentlich ist, dass du schwul bist. Das gehört ja halt auch zum Schwulsein dazu, finde ich. Ja, irgendwie bereue ich das auch schon, weil ich mich auch jetzt mein Freund gegenüber total verschlossen verhalte. Das darf nicht passieren, Paolo. Genau, das darf nicht passieren. Du musst deinem Freund gegenüber besonders jetzt zugetan sein. Denn du kannst ja nicht deine Liebe und deine Gefühle von diesen Hirnis kaputt machen lassen. Ja, und das geht ja jetzt auch schon seit der fünften Klasse und irgendwie fühle ich mich irgendwie mal wie so ein Stück Dreck irgendwie. Ich würde an deiner Stelle auch, gibt es einen coolen, netten, tollen Lehrer in deiner Schule, mit dem du gut kannst? Ja, gibt's wohl. Ja, ich würde auch mal an deiner Stelle mit diesem Lehrer sprechen. Der kennt die Verhältnisse noch besser und dann hast du einen neuen Ansprechpartner und vielleicht könnt ihr auch gemeinsam wieder noch eine Strategie überlegen, wie du dich verhalten sollst. Ich sag dir, das Wichtigste, das Beste wäre, wenn du da offensiver mit umgehst. Wehr dich mehr. Ja, aber irgendwie traue ich mich das auch. Du kennst den Satz von dem regierenden Bürgermeister von Berlin, der sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und das ist ein guter Leitsatz auch für junge Schwule. Und wenn du dann vielleicht auch noch einen Verbündeten findest bei den Lehrern, ist das auch nicht schlecht. Ich würde auch noch versuchen, vielleicht bei dem ein oder anderen Kommilitonen oder Jungen in der Klasse, wenn du da vielleicht auch noch eine Verbindung knüpfen könntest, um den auf deine Seite zu kriegen. Ist wahrscheinlich schwierig, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich auch gut. Aber während sich richtig mit Worten denen gegenüber zeigen und eben auch nochmal mit einem Lehrer sprechen, fände ich gut. Ja, okay, kann ich machen. Ja, liebe Paolo, toi, 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 alles Gute und genieß deine Liebe. Ja, danke schön. Tschüss, Paolo. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das hat ja fast auf die Sekunde geklappt. Im WDR Fernsehen läuft der Vorspann. Und das heißt, ich werde jetzt gleich die Zuhörer, Zuschauer vom WDR Fernsehen begrüßen und dann sind wir alle hier gemeinsam versammelt. So muss das ja auch sein. So, jetzt sind wir auch im WDR Fernsehen. Ich grüße euch sehr herzlich willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen und bitten, das zu entschuldigen. Wir haben hier schon im Radio und bei 1Festival angefangen. Ihr seid jetzt auch da. Darüber freue ich mich. Wir haben Freitag. Freitag ist ja bekanntlich eine freie und offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu ran an das Telefon 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder mailt unter domian.wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit der Pamela. Pamela ist 23. Guten Morgen. Genau. Hallo. Genau. Bin ich. Hallo. Nach Paolo kommt jetzt Pamela. Genau. Pamela, um was geht es? Es geht darum, dass ich seit anderthalb Jahren nicht mehr wirklich mit meinem Freund schlafe. Und wie lange seid ihr zusammen? Seit knapp vier Jahren. Seit vier Jahren. Und seit anderthalb Jahren fast nicht mehr. Genau. Was heißt fast nicht mehr? Oder kaum? Ja, also das waren jetzt vielleicht fünfmal oder so. Also das ist jetzt nicht wirklich nennenswert. Nee, in anderthalb Jahren fünfmal ist nicht viel. Genau. Ja, also da möchte ich jetzt aber meinem Freund auch gar nicht für den Vorwurf machen, weil er nimmt Antidepressiva seit eben diesen anderthalb Jahren. Ja. Und du meinst, das ist eine Nebenwirkung der Antidepressiva, dass er keine Lust auf Sex hat? Ja, also da hat er auch mit seinem Psychiater und so schon drüber gesprochen. Das ist halt eine Nebenwirkung davon. Das steht auch im Beipackzettel und so drin. Ja. Ja. Und ja, aber das belastet mich dann halt schon so ein bisschen. Warum nimmt er das? Warum muss er das nehmen? Weil er Depressionen hat. Also er hat jetzt in den anderthalb Jahren zwei Depressionen gehabt. Ja. Und ich meine, die kann man ja dann auch nicht nach fünf Tagen wieder absetzen, die Antidepressiva. Die muss man ja schon eine Zeit lang nehmen. Ja. Also dass er Depressionen hat, davon war ich jetzt ausgegangen. Aber was ist so, was glaubst du, was die Ursache der Depressionen ist? Ein absolut schlechtes Selbstwertgefühl. Hm. Hm. Also jetzt denke ich schon, das ist einfach seine Persönlichkeit. Er ist jetzt nicht der Selbstbewussteste, den ich so kenne. Ja. Wie alt ist er? 25. Ja. Und das ist halt, also sobald irgendwie Probleme auf ihn zukommen, flüchtet er sich quasi in seine Depression. Glaubst du, dass in diesem Fall, ich frage es nur mal so, in dem Fall Tabletten das Richtige sind? Um ihn auf dem gegenwärtigen Level zu halten, schon. Also er macht auch eine Psychotherapie. Ach, das macht er auch? Ja, ja, das macht er schon. Also ist das eine begleitende Maßnahme quasi? Genau. Die Medikamente? Ja, also er soll sie halt noch ein bisschen nehmen und dann halt mal wieder zwischendurch absetzen. Ja. Und da muss man halt immer sehen. Ja. Also die Situation ist so, wie sie ist, weil, so wie du es gerade beschrieben hast, aufgrund eben seiner Erkrankung, kann man so sagen. Das ist definitiv davon herrleitbar, ja. Ja. Weil vorher war es ja nicht so. Aber für dich ist das natürlich auch eine schwierige Lage. Ja, sicher, ich meine, ich bin 23, ich habe schon irgendwie so ein Bedürfnis nach Sex. Definitiv. Redet ihr darüber? Ja. Und wie redet ihr darüber? Ja, also halt schon ziemlich offen. Also dass er halt sagt, er hat überhaupt keine Lust auf Sex, also weder mit mir noch mit anderen. Und ja, ich muss halt sagen, ja, also die letzten zwei Monate kristallisiert sich das bei mir eigentlich so raus, ich will unbedingt wieder. Wenn, er weiß das ja, dass du Sehnsucht danach hast. Ja. Habt ihr gemeinsam über eine Lösung nachgedacht? Ja, wir hatten das halt mal so angedeutet, so ganz so im Motto, ja, da machen wir halt quasi einen Freifahrtschein draus. Also das ist nie wirklich so ausgesprochen worden, aber es wurde halt so angedeutet. Von dir oder von ihm aus? Ja, von beiden Seiten. Von beiden Seiten aus. Ja. Könntest du mit so einem Freifahrtschein, sagen wir mal, eine Weile leben? Ich weiß es nicht. Genau das ist mein Problem. Wenn er jetzt sagt, ja gut, dann mach halt, weil ich ja weiß, das würde ihn ja unheimlich treffen. Oder auch entlasten. Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht, ich meine, mich würde es sehr belasten, wenn mein Freund, also wenn ich jetzt keine Lust hätte und mein Freund sich da in den Betten vergnügen würde. Ja, auch unter solchen Umständen. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Die Beziehung an sich, klammern wir die Sexualität mal aus. Wie würdest du sie bezeichnen, beschreiben? Super. Super. Definitiv. Also ich liebe den Jungen auch absolut. Also wenn das nicht wäre, das wäre mein Traummann. Nun ist diese Behandlung, wie du mir gerade ja erzählt hast und ich glaube, das ist ja in der Regel auch so, das ist ja kein Dauerzustand mit der Einnahme der Medikamente. Nein, das nicht. Gibt es von Seiten des Psychiaters, von Seiten des Therapeuten einen Wink, wie lange er sie noch nehmen sollte? Ja, also das ist jetzt im Moment, ist sein Leben so ein bisschen im Umbruch und es wird auch noch so ein, keine Ahnung, ein halbes Jahr dauern, bis sich das dann wieder alles geklettert hat und ich schätze mal, dass in der Zeit er weiterhin noch die Antidepressiva nehmen muss. Weiß der behandelnde Psychiater von, der weiß von den Nebenwirkungen. Ja. Wie du gerade gesagt hast und der weiß auch, welche Belastung das für eure Beziehung ist. Das denke ich doch mal, dass er das weiß, ja. Ja, ja. Wenn mir gerade nur so eine Idee kommt, ich meine zu wissen, dass nicht alle Antidepressiva diese Nebenwirkungen haben. Ob man nicht vielleicht auch auf ein anderes Medikament umsteigen könnte. Aber das ist jetzt Küchenmedizin. Es ist nur so eine Idee von mir, die kannst du ja mal im Hinterkopf behalten. Darüber haben wir auch schon gesprochen, ja. Ich habe mal eingeworfen, dass ich nicht glauben kann, dass jedes Antidepressivum eben die Nebenwirkungen auf die Libido hat. Nein, definitiv nicht. Das weiß ich. Definitiv nicht. Aber man weiß ja nicht, ob er ein Spezielles braucht für seinen Krankheitsfall und so weiter. So genau weiß ich das auch nicht. Aber lass uns über diesen sogenannten Freifahrtschein reden. Ich will ja mal sagen, also wenn ihr beiden diese Größe hinbekäme, auch wenn er das hinbekäme, finde ich das in einer solchen Situation legitim, das zu machen. Wenn man nämlich so vielleicht der Gefahr aus dem Wege gehen könnte, dass die ganze Beziehung kaputt geht. Über was reden wir? Wir reden über vielleicht einige Sexabenteuer, Erotikabenteuer, die du hast. Ja. Über mehr reden wir nicht. Du willst dich ja nicht neu verlieben. Nein, definitiv nicht. Es geht dir nur rein, um mal eine sexuelle Sache zu erleben. Mal wir. Endlich. Genau. Das geht natürlich nur, wenn der andere auch wirklich klar sagt und ganz eindeutig sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Ich weiß, was das für eine Belastung unter Umständen auch sein kann. Eben, genau. Das ist es. Ob er nicht darunter noch viel mehr leidet. Ja, aber man muss wiederum auch bedenken. Ich leide auch. Ja, du leidest auch. Und vielleicht leidet er noch viel mehr, wenn er sich vorstellt, dass eventuell eure Beziehung kaputt geht. Ja, ich merke das schon, dass ich ihm da schon Vorwürfe, also ich mache ihm nicht offen Vorwürfe. Aber es ist eine Spannung, die sich aufbaut. Ja, schon. Und die Gefahr ist einfach gegeben, wenn du es weiter verdrängst und runterschluckst und dich so verhältst wie bisher, dass du dir vielleicht mehr Luft machst, dass du heimlich fremd gehst oder dass wirklich die Beziehung zerbricht und du dir irgendwie einen neuen Typ suchst. Ja, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Ja, aber so könnte es natürlich eskalieren, das Ganze. Ja, sicher. Klar, darüber habe ich mit vielen Freunden auch schon gesprochen und die sagen halt auch so, ja, müsst ihr halt absprechen, müsst ihr klären. Wenn das funktioniert, dann mach halt ein bisschen. Mach ihm das doch, ich weiß nicht, wie klar du ihm das schon gemacht hast, was für eine Belastung das ist und was für eine Wolke da am Horizont aufzieht. Ja. Vielleicht kapiert er dann auch, das ist ja schon fast eine Dramatik, die da entsteht, bezogen auf eure Beziehung, nämlich dass die Beziehung kaputt gehen könnte. Und wenn ihr auf dieser Basis nochmal ein Gespräch führt, vielleicht gibt es ja eine Einigung, wenn ihr sogar schon mal in dieser Richtung rumgesponnen habt beide. Ja. Ich finde das legitim, das zu machen. Und ich finde, man sollte sich auch dann nicht so sklavisch an diese Treue halten. In so einem Fall ist das okay, finde ich okay. Ihr macht das ja auch, um euch zu retten. So muss man das ja auch sehen. Ja, das stimmt. Und ihr seid beide jung, du bist 23, es ist völlig nachvollziehbar, dass du auch mal Bock auf Sexualität hast. Und du hast ja anderthalb Jahre schon Verzicht geübt, ne? Ist ja so. Stimmt schon, ja. Red mit ihm. Red mit ihm nochmal ganz klar und ganz deutlich. Okay. Mach ihm nochmal deine Gefühle auch für sie ihm vor Augen, was da los ist. Mhm. Gut. Wenn er natürlich ganz dann klar sagt, nein, dann ist es wirklich problematisch. Ja, dann wüsste ich nämlich auch nicht, was ich da machen sollte. Ja, dann ist es problematisch. Dann sollte er vielleicht doch nochmal mit seinem Psychiater sprechen, ob man nicht das Medikament wechseln könnte. Ja. Also diese Linien, diese Schienen würde ich fahren, Pamela. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Schönen Gruß an deinen Freund. Werde ich ausrichten. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt, hier dann nur zu. Das ist meine Nummer. Und hier ist Marc. Und Marc ist 20. Hallo Marc. Hallo Domian. Hallo Marc. Und was geht es bei dir? Ähm, sexueller Missbrauch. Mhm. Ja, ich bin, äh, ich war damals vier, fünf oder sechs. Das weiß ich jetzt so genau nicht mehr und bin dann halt von dem Sohn des Lebensgefährten meiner Mama halt missbraucht worden. Ich hab's nicht verstanden. Wer war das? Der Sohn des Lebensgefährten? Genau, der Sohn des Lebensgefährten. Also ein Stiefbruder quasi? Ja, mehr oder weniger. Wie alt war der damals? Äh, ja, also 13 Jahre älter als ich. Ah ja. Eine ganze Menge. Ja, und das ist halt, das ist von meinem Bruder jetzt auch passiert. Also, dass wir soweit wissen, also so viel wissen wir jetzt schon. Wie alt ist dein Bruder? 25 jetzt. Und dem ist das damals auch passiert? Ja, genau. Von dem selben Kerl. Ja. Und, ähm, ja, der studiert halt Jura. Und der hatte das halt im, äh, ja, im Studium hatte der das Thema. Und dann, ja, hat er sich halt meiner Mutter anvertraut. Deinem Bruder? Ja, richtig. Und dann hat die mir das irgendwann erzählt. Und, ja, dann konnte ich einfach nur noch sagen, ja, mir ist das auch passiert. Ja, und du hast noch nie vorher mit jemandem darüber gesprochen gehabt? Nee, noch nie, noch nie. Wie, 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 wie oft hat, wie oft hat der das damals gemacht? Das weiß ich alles nicht so genau. Das ist halt alles so mein Problem. Da denke ich halt viel drüber nach. Und, ja, ich weiß es nicht, wie oft zweimal, dreimal. Das kann ich nicht sagen. Ah, ja. Es zog sich, äh, nicht über viele Jahre hin. Nee, nee, nee. Es war so in dem Alter vier, fünf, sechs. Da kann man ja sich, da kann man sich auch nicht so ganz, ganz gut erinnern. Nee, nee, nee. Was hast du denn für eine Erinnerung? Erzähl dir doch mal, was du erinnerst. Ja, ich weiß halt noch, dass ich den halt befriedigen musste. Mhm. Äh, ja, äh, ich musste halt den Oralverkehr mit ihm ausüben. Ja. Ja, und das hat halt jetzt, das ist jetzt halt ein halbes Jahr her, dass das alles rausgekommen und hochgekommen ist. Mhm. Ja, und das hat halt halt jetzt soweit geführt, dass ich, äh, im dritten Oktober einen Suizidversuch hinter mir hatte. Mhm. Mhm. Was hast du gemacht? Äh, ich hab auf einer Brücke gestanden. Auf einer Eisenbahnbrücke, also, ja. Ja. Hat halt nur ein Schritt gefehlt und dann wäre ich halt jetzt nicht mehr hier. Ja. Ja. Hast du selbst dich dann für das Leben entschieden oder hat dich jemand gerettet? Nee, es hat mich jemand gerettet. Wer war das? Ja, es hat dann ein Auto angehalten und mich festgehalten. Ja, ich war auch ziemlich, äh, stark angetrunken. Mhm. Ja, und, ja, so schnell konnte ich halt, ja, nicht reagieren. Und dann bin ich halt festgehalten worden, ne, und dann kam auch schon die Polizei. Hat mich dann auch in, äh, äh, ja, in... Ist mal ein Gewahrsam. Richtig, hat mich dann halt in, äh, ja, auf gut Deutsch gesagt Ballerburg eingewiesen. In Psychiatrie erstmal, klar, ja, ja. Ja, ja, und dann bin ich, habe ich mich halt nach zwei Tagen wieder selbst entlassen. Für dich ist ganz, ist der Zusammenhang völlig klar? Ja, ja, für mich ist alles eigentlich soweit ganz klar. Also vorher, bevor du das wusstest, warst du gar nicht so drauf, dass du... Nee, absolut gar nicht, absolut gar nicht. Also ganz normal drauf, wie ein Typ in deinem Alter so ist? Ja, richtig, halt, ich hab halt alles so ziemlich gut verdrängt gehabt. Mhm. Ja, und das Ganze ist jetzt halt hochgekommen. Ja. Und hat der, soweit du dich erinnerst, dieser damals schon 18-Jährige, 19-Jährige, so groß war der Altersunterschied, ja, hat er dich auch zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Nee, das, äh, nicht. Das nicht, ja. Hast du denn mit deinem Bruder ausführlich geredet? Nee, mit dem habe ich noch nie drüber gesprochen. Also das läuft, wenn, wenn irgendwie dieses Thema bei uns aufkommt, dann läuft das eigentlich über meine Mutter. Also er spricht dann mit meiner Mutter und sie mit mir und andersrum auch. Ja. Ja, und dann haben wir halt noch einen anderen Bruder und bei dem wissen wir halt nicht, was passiert ist. Ja. Weil, äh, der ist halt, äh, ja, lernbehindert und bei dem wissen wir halt nicht so, weil der ist auch so ziemlich emotional. Mhm. Bei dem wissen wir halt nicht, wie der das dann aufnimmt. Das kann doch auch sein, dass dem auch so etwas passiert ist. Ja, das kann durchaus passieren, klar, aber... Der Bruder, der Bruder, der das, von dem du das weißt, dass, äh, der auch ein Opfer dieses, äh, Jungen war, ähm, zog sich das über einen längeren Zeitraum hin? Das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht. Warum sprichst du nicht mit deinem Bruder? Es ist doch vielleicht sogar erleichternd. Ja, äh, ich kann nicht, äh, eigentlich, ich kann nicht so offen darüber sprechen, also, äh, es gibt halt, äh, naja, zwei Freunde, denen ich das anvertraut habe. Ja. Ja, mit denen kann ich eigentlich auch nicht so drüber sprechen, weil für die war es natürlich auch ein Schock und ich hab mich halt immer weiter zurückgezogen. Und, äh, ich will die einfach auch nicht belasten und, äh, ich kann eigentlich auch so nicht drüber sprechen. Ja. Also, ist eigentlich der, die, der einzige Gesprächspartner ist deine Mutter da, über dieses Thema? Ja, mit der spreche ich eigentlich so über dieses Thema generell eigentlich gar nicht. Und, äh, halt, äh, war, letztes Mal mussten wir halt zur Polizei, halt wegen meinem Suizidversuch. Ja, und, äh, da haben wir nochmal ausführlich drüber gesprochen bei der Polizei, aber haben wir halt keine Anzeige erstattet. Ja, äh, ist halt... Weißt du, hast du noch, weißt du, was der macht, der Täter, äh, wo der sich aufhält, wisst ihr das? Ja, also wir wissen, dass er, äh, dass er halt, äh, wo, wo er wohnt, aber, äh, ich muss da nicht unbedingt hinfahren, weil ich weiß nicht, äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dann passieren würde. Ja. Aber du hast jetzt den Mut dir zusammengenommen und hast hier angerufen. Ja, richtig. Das ist ja schon mal was. Ja. Und du sprichst hier in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen mit mir, mit einem ganz freien Menschen darüber. Ja, richtig, weil ich halt, äh, du siehst mich nicht, ich seh dich nicht und... Ja, ja, klar. Aber das finde ich schon mal einen enormen Schritt und einen wichtigen Schritt auch. Ähm, wenn du nicht mit deinem Bruder sprechen kannst, das können wir Außenstehenden gar nicht beurteilen. Man könnte jetzt im ersten Moment denken, ja, vielleicht wäre das sogar ganz gut, weil die haben beide das gleiche Schicksal, die brauchen sich nicht voneinander schämen, aber irgendwie ist da ja eine Blockade. Das ist absolut eine Hemmschwelle, eine Blockade, das... Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Bruder an sich? Ja, eigentlich, äh, soweit recht gut. Ja. Äh, also wir haben so keine Probleme. Ja. Ja, wir sprechen eigentlich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen über alles, aber halt, ich kann mit ihnen sprechen, aber das nicht. Mhm. Oder halt über dieses spezielle Thema nicht, weil das ist einfach, ich hab's nur nicht verarbeitet. Ja. Ne, wenn da, wenn da eine Blockade ist oder eine Hemmung, dann ist das auch erstmal okay, dann will ich dich da auch gar nicht weiter zu drängen. Was ich, was ich, was ich aber auf jeden Fall wichtig finde und das, den Schritt hast du ja auch schon gemacht, indem du hier angerufen hast, ist, dass du sprechen musst und dass du dich damit auseinandersetzen musst, damit nicht wieder so etwas Schlimmes passiert, wie das, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, ich weiß nicht. Du hättest ein Schutzengel, du hättest ein Schutzengel, du hättest auch tot sein können. Ja. Wenn der Autofahrer dich nicht da zurückgenommen hätte, dann wäre es vielleicht passiert. Ja. Und das ist die Sache nicht wert. Ja, das weiß ich noch nicht. Also, ich weiß nicht, ob mein Leben noch so lebenswert ist. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Du hast es ja auch vorher anders erfahren. Ich bin im Moment halt eher an so einem Punkt, ich denke es nicht und das macht mir selber halt auch ein bisschen Angst. Ja, klar. Deswegen berate ich dir wirklich ganz dringend und wir werden dir jetzt auch gleich im Anschluss an unser Gespräch auch noch behilflich sein, dass du dringend dich an einen Psychotherapeuten wenden solltest und wirklich eine Psychotherapie angehst, eine wirkliche Behandlung. Bei jemandem, den du gut findest, einem Psychologen, deines Vertrauens, dem du dann auch wirklich offen gegenübertreten kannst. Und da musst du dich auch nicht schämen, weil das ist dessen Job, das ist wie ein Arzt, der kennt das halt und der weiß auch, wie man damit umzugehen hat. Ja, es ist halt nur ein schwerer Schritt. Ja, es ist ein schwerer Schritt, aber du hast den ersten Schritt schon gemacht, in dem du hier angerufen hast. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht so einfach ist. Das ist wohl richtig. Ja. Und du willst doch diesem Täter nicht im Nachhinein noch die Genugtuung geben, dass du völlig einknickst vor dem, was er getan hat. Ja, das bin ich schon. Nein, du bist du nicht. Ich verstehe, dass du völlig fertig bist, wenn dir das klar ist. Aber ich bin auch ganz sicher, ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die sexuellen Missbrauch erlitten haben. Mhm. Auch hinterher, nachdem wir das erste Mal gesprochen haben, gab es dann noch mehrere Gespräche. Und ich habe so viele gute Geschichten gehört, dass es den Leuten besser ging nach Behandlungen, nach Psychotherapien. Dass sie das schon verarbeitet haben für sich, dass das natürlich ein dunkler Fleck in der Vergangenheit bleibt. Ja. Aber man kann lernen, damit umzugehen. Und man kann auch lernen, das Leben dann wieder zu genießen und sich auch wieder zu freuen am Leben. Und du bist erst 20 Jahre alt, du hast so viele Sachen im Kopf und du hast so viele Wünsche wahrscheinlich und Ziele und Träume. Denen sollst du auch weiter nachgehen. Und das soll auch wieder dein richtig schönes Leben werden. Ja, das ist schon richtig nur. Und das haben so viele andere Leute geschafft, das schaffst du auch, Marc. Ja. Das schaffst du. Ja, das glaube ich. Ich will ja nicht Honig um die Nase schmieren, aber so wie du jetzt in mir erscheinst, so ein Gespräch, schaffst du das. Du bist angeschlagen, wäre jeder von uns, verstehe ich. Aber du bist auch ein starker Typ. Und gemeinsam mit einem Fachmann schaffst du das. Ja. So, jetzt bitte ich dich um Folgendes. Das Gespräch hat meine Psychologin mitgehört. Ja. Jetzt legst du auf und meine Psychologin heißt Magdalena. Die ruft dich jetzt gleich an. Mhm. Und die kann dir noch genaue Ratschläge geben, wie du das jetzt machst und wie man das einfädelt und so weiter. Da gibt es ja viele praktische Fragen auch zu klären. Ja. Ja? Also ich will dir gut machen, das zu tun. Und glaub mir, du wirst es schaffen und du wirst auch wieder ein Gefühl haben, dass du wieder nach oben kommst. Und auch wieder Land gewinnst. Ja, irgendwann. Ja. Aber immerhin. Lieber Marc, leg bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Okay, dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Hier ist Suse. Suse ist 20. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Suse. Was ist denn dein Thema, Suse? Also ich rufe an, weil ich so eine Art Sucht habe, Bus zu fahren. Du hast eine Sucht, Bus zu fahren? Ja. Ach. Das ist jetzt ungefähr sechs, fünf Jahren. Seit fünf Jahren schon? Ja. Kannst du noch ein bisschen näher ans Telefon gehen? Irgendwie erscheinst du so weit weg. Ist das so besser? Ja, so ist es viel besser. So ist es viel besser. So ist es viel besser. Das ist irgendwie, also ich war mit einem Busfahrer zusammen. Ja? Vor fünf, ja, zwei Jahre lang. Also bis vor drei Jahren. Moment, bis vor drei Jahren? Da warst du erst 17. 15. Genau. Und da warst du schon mit einem Busfahrer zusammen? Ja, mit 15 sind wir zusammengekommen. Und wie alt war der Busfahrer damals? 34. Oh, das ist aber ein Unterschied. Ja, das gab auch schon sehr viel Ärger. Ja? Und meine Mutter hatte mir die Busfahrkarte weggenommen. Nach der Schule hatte ich Hausarrest. Die hat alles versucht, um mich von dem Mann fernzuhalten. Ja? Aber du warst definitiv mit dem zwei Jahre zusammen? Ja, ich habe 28 Monate. Also ich bin auch dann nicht mehr zur Schule gegangen. Ich bin dann morgens um sechs aus dem Haus, um mit dem Bus zu fahren. Klingt lustig, aber war wahrscheinlich alles sehr ernst für dich damals. Ja, das Problem ist, heute sage ich mir, da war es viel extremer als jetzt. Hätte ich es besser nicht getan, weil es halt sehr viel Ärger zu Hause gab. Aber die Sache ist ja jetzt vom Tisch. Mit dem bist du nicht mehr zusammen. Nein, mit dem bin ich Gott sei Dank nicht mehr zusammen. Das habe ich auch meinem Bruder zu verdanken, weil ich war im Hörig. Ja. Und er hat mich auch geschlagen später. Der Busfahrer? Ja. Und mein Bruder, der hat mich da rausgeholt. Aha. Aber dennoch ist jetzt, jetzt bist du 20 Jahre alt, so eine Sucht nach Busfahren immer noch da. Ja, ganz... Was heißt das genau? Erklär mir mal, was bedeutet das? Wie viele Stunden am Tag oder wie oft fährst du Bus? Also damals war es ganz schlimm. Da bin ich acht oder zehn Stunden am Tag gefahren. Und jetzt ist es mittlerweile so, ja, also am Tag sind es schon zwei, drei Stunden. Jeden Tag? Einfach so Busfahren ohne Sinn? Einfach nur rum? Ja, das ist aber jetzt dann auch wieder wenig. Also es gibt Tage, das ist mein Problem. Ja. Dann komme ich nicht zu Terminen oder ich hole mir einen Krankenschein oder ich gehe einfach nicht zur Arbeit, um meinen Bus zu fahren. Was arbeitest du denn? Ich mache ein Praktikum beim Elektriker acht Monate. Ja. Was natürlich übel ist, wenn du ein Praktikum hast und da nicht erscheinst, macht das einen sehr schlechten Eindruck. Ja, das ist halt auch schon, ja, die letzte Zeit mein Problem. Ich habe meine Herstelle verloren. Die eine, weil ich da... Wegen des Busfahrens? Ja, dann bin ich, dann habe ich einen Busfahrer getroffen, den ich gesehen habe und der kannte, also den kenne ich so lange wie meinen Ex-Freund. Und dann habe ich ihn gesehen und dann bin ich einfach nicht ausgestiegen. Dann bin ich mit dem die ganze Schicht durchgefahren. Hat denn dieses Busfahren heute noch irgendetwas zu tun mit dem Typ von damals, mit dem Busfahrer von damals? Ich würde behaupten nicht, also ich kann es mir nicht erklären, weil es sind... Das Problem ist ja, es kennen mich super viele Busfahrer. Ja. Und es ist auch ein Busfahrer, ja, ich würde sagen, an dem klebe ich auch irgendwo noch. Ach so, es gibt einen anderen, der dich interessiert. Ja, also wir hatten, ja, ich bin vier Monate, bevor ich mit dem einen auseinander war, bin ich ihm fremdgegangen mit einem Kollegen von ihm. Mit dem anderen Busfahrer. Jetzt muss ich dich fragen, sonst habe ich es gleich vergessen. Der Busfahrer, mit dem du zusammen warst, fährt der auch da immer noch Bus? Begegnest du dem ab und zu? Ja, sehr oft. Also der fährt auch den Busfahrer. Und willst du das? Möchtest du dem begegnen oder findest du es dann eher unangenehm? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn keiner im Bus ist oder so, dann habe ich Angst vor ihm. Aber dennoch fährst du weiter, du könntest ja raussteigen an der nächsten Haltestelle. Ja, ich habe irgendwo, ja, das Problem, also wenn ich ihn sehe und ich frage mich so für mich, was würde ich machen, wenn der heute nochmal vor mir steht und dann, sag ich mal, nette Augen machen würde, was ich dann tun würde. Was würdest du tun? Ja, und ich glaube, ja, ich wäre genauso blöd wieder. Ah, aber dann ist es ja schon klar, ne, dass es irgendwie doch alles damit zusammenhängt. Aber ich sehe ihn, also es gibt mal Wochen, da sehe ich ihn fast jeden Tag. Ja, sag mal, das Ende damals, ging das von ihm aus oder hast du dann letztendlich gesagt, ich will nicht mehr? Nein, das war halt im Sommer das Ende, weil ich wurde die letzten vier Monate von ihm, ja, gut geschlagen, die Arme blauen alles. Und der stand nachts bei mir vor der Tür, der stand bei mir in der Schule, der wurde richtig, ja, psychopatenmäßig. Ich habe dann später auch die Polizei zur Hilfe geholt. Wer hat denn letztendlich Nein gesagt? Jetzt ist Schluss. Ich, weil meine Mutter, ich habe, meine Mutter, die hat mich dann nochmal bei ihm gesehen, nachdem sie es mal verboten hatte. Und meine Mutter hat mich so verprügelt, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte. Ah, du hast Nein gesagt, aber letztendlich auch nur unter, irgendwie unter Zwang, weil die Mutter das nicht wollte. Ja, und es war, ich hatte Angst vor ihm, aber ich kam irgendwie nicht von ihm los. Verstehe. Sag mal, und bevor du den kennengelernt hast, da war mit Busfahren kein Thema? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, da war alles ganz... Aber ich habe ihn, das Problem ist, ich habe ihn kennengelernt, da war ich zehn Jahre alt, da war ich im Reitstall. Da hat das Pferd da stehen, wo ich es stehen hatte. Und dann habe ich ihn halt fünf Jahre nicht mehr gesehen gehabt, vier Jahre. Und dann habe ich ihn im Bus, im Schulbus von uns wieder gesehen. Okay, also ich habe die Vermutung, Suse, dass es aber wirklich sehr eng mit dieser Geschichte noch zusammenhängt, weil die Geschichte nicht richtig verarbeitet ist. Und ich rate dir sehr dringend, dass du eine professionelle Beratung aufsuchen solltest. Das habe ich auch schon mal probiert, aber da war ich bei einem Sozialarbeiter. Und das Problem ist, der überholst mich mit Vorwürfen, dass ich jetzt noch fahre und dann, dass ich halt noch Kontakt zu dem einen Busfahrer habe, zu dem ich damals standgegangen bin. Ich unterbreche mal, da warst du wirklich beim ganz falschen Typ. Das muss schon eine sehr gute professionelle psychologische Beratung sein. Wie du so eine findest, da werden wir dir jetzt gleich bei helfen. Ich sage dir nur, mach das unbedingt. Denn du läufst wirklich Gefahr, dass du dir dein Leben wegen dieser ganzen Geschichte kaputt machst. Das Problem ist, das ist mir im letzten Jahr extrem aufgefallen, dass es schon so weit ist. Ich habe mit meiner Mutter keinen Kontakt mehr deswegen. Ja, ist ja Wahnsinn. Mein Freund, der ist abgehauen, weil das macht keiner mit. Wenn du dann Bus fährst, was für ein Gefühl ist das, wenn du so stundenlang im Bus sitzt? Ja, ich finde das dann erfüllend irgendwie. Das ist wie, also ganz ehrlich, ich würde nur eher auf Sex verzichten, als auf das Bus fahren. Das ist halt, ich kann es nicht erklären. Aber das sagt, wie? Ich sage, ich brauche das. Und wenn ich mal irgendwie jetzt, ich lag jetzt im Krankenhaus und wenn ich dann nicht fahren kann, dann werde ich auch ganz aggressiv. Suse, mir als Außenstehender sagt das, dass da wirklich kräftig was schiefgelaufen ist und schiefläuft. Ob das nur ein Suchtverhalten ist, wie man das nennen mag, auf jeden Fall hängt das sicherlich sehr zusammen mit den letzten Jahren, die du hinter dir hast. Wir werden dich jetzt beraten, zu wem du am allerbesten mit dieser Geschichte gehst. Und ich wünsche dir sehr, dass du einen guten Typ findest, mit dem du sprechen kannst und möchte dich wirklich auch dringend ermuntern, das zu tun. Das musst du tun, um dir selbst zu helfen. Denn das ist keine Lösung und kein Leben, wenn du das jetzt so weiterführst, wie du es mir gerade beschrieben hast. Ja, das ist halt das Problem, dass ich mittlerweile überall Stress habe, deswegen. Ich habe es schon so verstanden, ja, ja. Ja, liebe Suse, dann legst du jetzt bitte auf und du wirst von der Magdalena, das ist meine Psychologin im Hintergrund, wirst du angerufen und die wird dir in dem Rahmen, was wir hier machen können, wird dir zur Seite stehen und helfen, okay? Ja, das wird lieb. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, Suse. Tschüss. Und weiter geht's mit Ralf und Ralf ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Ja, meine Geschichte hat die Überschrift, kann mir niemals passieren, das merke ich. Kann dir, kann niemals passieren, das merke ich? Ich habe immer behauptet, das kann mir niemals passieren. Und zwar habe ich vor sechs Jahren, bin ich auf einen Transsexuellen reingefallen. Oh, was heißt reingefallen? Ist nichts Schlimmes passiert. Ja, ich bin also Samstagnacht unterwegs gewesen, wollte ganz so auf dem Flirt aus oder sowas. Bin an sich nicht der Typ, der in der ersten Nacht sofort Vollgas gibt. Natürlich nicht. Manchmal lässt sich das ja nicht so steuern. Ja. Und bin dann nachts in eine nette kleine Bar gekommen. Ja. War das eine ganz normale Bar oder war es schon? Ganz normale, ganz normale, hetero-Bar, also nichts... Nichts anruhiges. Nein, nein. Wo also nette junge Leute getanzt haben, die Musik nur Gott sei Dank nicht ganz so laut, weil wir in einem Disco... Ja. Und am Tresen saß eine wunderhübsche junge Frau. Oh. Und dann bin ich da hingesteuert. Es war also kein Alkohol im Spiel und es war auch Licht genug da. Mhm. Ja. Es sah wirklich toll aus. Ganz gepflegte, lange Haare. Ja. Ein sehr hübsches Gesicht. Ja. Nicht den Ansatz einer Bartstoppel. Ja. Dafür ein sehr schönes Dekolleté. Und da hast du gedacht, ach, ich spreche die mal an, oder wie? Bitte? Und da hast du gedacht, ach, die ist so nett, ich spreche die mal an. Genau. Ja. Und wir haben uns sofort verstanden, wir haben viel miteinander gelacht. Wie hieß denn die Schöne? Bitte? Wie hieß denn die Schöne? Simone. Simone. Aha. Ja. Und man kann ja mal Frauen viel erreichen, wenn man sie zum Lachen bringt. Immer. Hab ich von. Ja. Ja, und wir waren uns also gegenseitig sympathisch. Ja. Und dann kam irgendwann der erste Kuss. Oh. Und das ging dann hinterher so in eine ziemlich wilde Knutscherei. Also es ist noch in der Bar. Ja, es ist noch in der Bar. Mhm. Und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, auf jeden Fall sind wir in ihrer Wohnung gelandet. Ja. Und haben da weiter geknutscht und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig auszuziehen. Wie sah denn die Wohnung so aus? Sah die sehr feminin aus und eher verspielt? Also die hätte ich, wenn du mir jetzt fragst, das war eine nette kleine zweieinhalb Zimmerwohnung. Ja. Also nichts Auffälliges zumindest. Nee. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Also war sehr ordentlich, sehr sauber, sehr hübsch eingerichtet. Aber nichts so feminin besonderes wüsste ich nicht. Ja. So. Dann habe ich zwei wunderschöne Brüste gefunden. Ja. Ich sag mal so Körbchengröße B. Die hattest du schon entkleidet? Ja, ja, ja. Ja, das ging auch ziemlich heftig weiter. Und wirklich ein wunderschöner Frauenkörper war ich immer noch der Meinung. Und dann wurde der Slip ausgezogen und dann sehe ich plötzlich einen Penis. Erigiert? Nee. Nee, nicht erigiert. Nein. Und ja, da war natürlich... Ja, was hast du denn da gesagt? Hast du vor ihr gekniet oder gestanden? Nein, 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 sie hat den Slip ausgezogen. Und ihr lag im Bett oder passiert das Ganze stehend? Auf der Couch. Auf der Couch? Auf der Couch, ja. Und sie hat kommentarlos den Slip ausgezogen? Ja, ja, ja. Ich war ja schon ganz ausgezogen. Du warst schon... War das letzte Kleidungsstück, das da noch fiel. So, und da? Da guckst du da hin und hast die Welt nicht mehr kapiert. Ja, erst mal ist bei mir einiges ineinander gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Du weißt, was ich meine? Ja. Ja, nee, das war also dann für mich die Sache auch. Ich hab keinen Zoff gemacht oder was. Ich soll gerade sagen, warst du wütend? Das hätte ja auch böse enden können, ja? Nee, nee, hab ich nicht gemacht. Ich hab mich dann angefangen wieder anzuziehen und hab dann nur gesagt, jetzt mal irgendwie eine Andeutung machen können vielleicht oder so in der Richtung, ne? Ach so, so cool hast du reagiert. Ja, was willst du denn machen? Ich weiß nicht, manch ein Mann hätte da wirklich... Also du bist dann aufgestanden, hast dich angezogen und hast gesagt, du hättest ja auch mal was sagen können. Ja. Ja, ist doch schon sehr souverän. Ich bin ja kein gewaltiger Mensch. Nein, natürlich nicht. Und was sagte sie? Ja, er, sie. Wir haben uns da im Moment unterhalten, während ich mich anzog. Also er, sie ist fixiert auf Männer, auch mit Männern Sexualität zu haben. Und das muss doch gar nicht so einfach sein. Ja. Denn ich nehme an, wenn die jetzt in einem normalen Schwulenbar reingeht, da ist er auch nicht akzeptiert. Nee, 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 nee. Aber es gibt ja wiederum, wie ich weiß, hetero, in Anführungszeichen, heterosexuelle Männer, die genau auf sowas stehen. Auf solche Leute stehen. Ja, ja, gut. Nee, ich hab keinen Krach gemacht, um kurz zu fühlen. Ja, ich hab mich angezogen und bin dann in der Nacht sehr enttäuscht nach Hause gegangen, um es mal so zu verstehen. Ja. Hast du dich so ein bisschen tun? Aber so ein bisschen verarscht fühlt man sich da ja. Nein, aber ich hab es nicht gemerkt. Ja, ja. Wirklich nicht. Ja, es gibt wirklich so fantastische transsexuelle Menschen, Frauen. Ja, aber normalerweise, also jetzt mal ohne an Sexualität zu denken, fasst man einen Mann an Unterarm, fasst man eine Frau an Unterarm, ist noch eine ganz andere Haut. Bist du mit so ein bisschen Zorn doch nach Hause gegangen? Weil du dachtest, ach. Ja, ich sag mal, man würde mal sagen, die Enttäuschung hat über das Bestimmen. Ja, aber so wie du das jetzt geschildert hast, kann man daraus ja gar nichts lernen. Man sieht es ja wirklich den transsexuellen Frauen nicht an. Ich hab immer behauptet, dass sie es, ich sehe das. Ich sehe es auch nicht. Es gibt ja auch so Leute, die haben einen Kehlkopf, würde man das sehen, wenn Männer hätten einen dominanteren Kehlkopf. Gibt es auch, natürlich. Aber es gibt so feminine, transsexuelle Frauen, die, wie gesagt, fabelhaft aussehen, wo man denkt, was ist ja irre, ist das ja, wie die ausgebaut sind. Und ja, kleine, kleine, lustige Geschichte im Nachhinein, ne? Ja, ja. Du hast ja manchmal, du hast ja zu viel traurige Geschichten in meiner Sendung. Da hast du gedacht, ruf ihn mal an und erzähl ihm mal so einen Schmankerl aus dem Leben. Ja, ganz genau. Lieber Alf, das war sehr nett von dir. Und ich wünsche dir ja demnächst mehr Glück bei den Frauen, sagen wir es so. Mach weiter so. Alles Gute. Tschüss. Juliane ist hier. Juliane, Juliane, ne? Ja. Das war auch 20 Jahre. Guten Morgen. Ja. Ich sag auch. Bitte? Der war ja süß. Der war ja süß. Ja. Kann passieren, sowas, ne? Genau. Aber du bist eine Frau? Ja. Rundherum? Definitiv. Definitiv. Juliane, um was geht's? Also bei mir geht's um das Thema selbstfälligendes Verhalten, also Selbstverletzung. Ja, und ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, selbstverletzendes Verhalten, daraus schließe ich dann, dass du das bei dir tust. Genau. Was genau ist das, was du tust? Ich schneide mir die Arme auf mit einer Rasierklänge. Die innen Unterarme? Alles. Alles? Auch obendrauf? Ja. Seltener, aber wenn, dann doch beide und überall sozusagen an den Armen. Schneidest du lange Schnitte oder eher so kleinere, paar Zentimeter Schnitte? Das kommt auch ganz drauf an, also es ist mal tiefer, mal weniger tief, mal länger, mal kürzere Schnitte. Also tief heißt, das kann schon dann richtig bluten? Ja. Und entzündet sich das nicht, wenn man das mit so einer Rasierklinge macht, die ja vermutlich auch nicht desinfiziert ist? Habe ich bisher immer Glück gehabt, sage ich mal. Also es interessiert mich auch in dem Moment dann nicht. Also ich bin dann sehr, ja, also halt nicht so ganz bei mir und es interessiert mich einfach in dem Moment nicht. Wie lange dauern diese Schneidevorgänge? Sind das nur ein paar Sekunden oder machst du das, wenn du mal dabei bist, eine halbe Stunde oder so? Ähm, bis, ja, also bis, das hört sich sehr makaber an, also bis halt alles, also bis der Arm mit dem Blut bedeckt ist sozusagen. Also es kann eine Weile dauern? Ja. Kannst du das mir näher erklären, in welchem Zustand du dann bist, wenn du das machst? Ähm, also anfangs war das, ich mache das jetzt ein paar Jahre und anfangs war das halt so, dass ich es gemacht habe, wenn, ja, wenn es mir halt sehr schlecht geht, und grundsätzlich ist es, egal welche Laune ich jetzt dabei habe, es ist halt so, dass, ja, es fühlt sich halt so an, als hätte ich einen Schnaps getrunken oder so. Also ich bin dann halt wirklich für den Moment so einigermaßen, ja, also mehr oder weniger weggetreten, sage ich mal. Also fast ein etwas angenehmes Gefühl, so ein bisschen im Rausch, so ein kleines bisschen. Ja, also ähnlich wie im Rauschzustand. In dem Moment, wo du dann aufhörst, wenn du irgendwann entscheidest, jetzt höre ich auf, wenn alles blutig ist, kommt dann das schlechte Gefühl schon? Nee. Nee? Nee. Wie lange hält das gute, in Anführungszeichen, gute Gefühl an? Das hält so lange an, bis ich mich dann hinterher irgendwann, es kann auch Monate später sein, für meine Narben schäme. Also jetzt irgendwie, oder meintest du jetzt den Schmerz oder grundsätzlich? Also... Ich meine grundsätzlich. Grundsätzlich, ja, das kann schon, also wenn ich dann halt in Gesellschaft bin und ich meine, ich bin ja 20 irgendwie, also da möchte man dann ja auch Männern gefallen. Und die ganzen Arme müssen ja voller Narben sein. Ja. Das heißt, im Sommer ist es heikel, wenn du mit nackten Armen rausgehst. Das ist sehr unangenehm. Also es wird oft mit Drogenkonsum verwechselt. Und ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber es ist halt eben so und das ist sehr, sehr unangenehm, ja. Wie lange machst du ja schon, Juliane? Neun bis zehn Jahre. Neun bis zehn Jahre. Als Kind hast du damit angefangen. Haben deine Eltern das nicht bemerkt? Also meine Eltern sind geschieden und auch schon sehr lange. Und meine Mutter hat es, ja, hat es dann irgendwann ein paar Jahre später bemerkt. Also ich habe nicht gleich mit Rasierklingen angefangen, sondern halt meinetwegen mit irgendwelchen Nadeln oder sowas. Und das wurde dann halt immer schlimmer. Und mein Vater, der hat es vor, ja, ein bis anderthalb Jahren, also er ist mitbekommen so ungefähr. Und deine Mutter hat es ja nur früher mitbekommen, wie du sagst. Hat die irgendwas unternommen? Hat die gesagt, nee, da müssen wir jetzt mit dem Kind mal zum Kinderpsychologen gehen oder zum Psychiater oder sowas? Ähm, also ich denke, sie war relativ überfordert, hat auch, also sie, also anfangs hat sie natürlich sehr schockiert reagiert und mir dann halt mein Schneidewerkzeug, in Anführungsstrichen, weggenommen und dafür gesorgt. Aber keine großen Aktionen eingeleitet? Also ich habe schon Therapie gemacht, ganz früh. Also das schon, aber eigentlich wegen anderen Sachen. Das ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder so geschnitten habe. Also so war das jetzt auch nicht. Also da waren auch schon so Pausen dazwischen, auch über Monate oder so. Aber das Schneiden ist das Hauptthema, weswegen du mich angerufen hast. Ja, also, ähm, weil, weil ich einfach, äh, ja, also weil ich einfach sehr große Probleme, ähm, damit habe, so in die Öffentlichkeit. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ irgendwie, ähm, der damit jetzt hausieren geht oder so. Das ist mir schon sehr unangenehm. Wie oft kommt das denn so, ich sag mal, in der Woche vor? Ähm, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also es ist, ich kann das, es ist ganz unregelmäßig. Also manchmal mache ich es halt ein paar Tage hintereinander irgendwie. Ähm, manchmal dann ein paar Wochen gar nicht oder so. Also es ist vollkommen unterschiedlich. Du hast ja gerade schon so eine Andeutung gemacht von wegen der Stimmung. Was sind das für Stimmungen, in denen du das tust? Auch völlig unterschiedlich. Also wie ich eben schon gesagt habe, anfangs war das halt, wenn ich sehr depressiv gestimmt war. Ähm, mittlerweile ist es auch, wenn ich meinetwegen einen schönen Tag hatte, nach Hause komme und denke dann so, jetzt könnte ich ja mal wieder oder so. Schneidest du auch in die Arme, wenn die noch verkrustet sind, wenn die auch, dann auch? Ja. Und in der Tat noch nie irgendeine, eine Infektion, eine Entzündung gehabt? Nein, noch gar nicht. Hast du irgendeinen blassen Schimmer, was dahinter stecken könnte? Ähm, nee, also es ist schwer zu sagen. Ich, ähm, es wird dann halt immer darauf angesprochen, also die Trennung meiner Eltern und so. Aber, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt irgendeinen Zusammenhang frangsläufig hätte. Gab es denn in deiner, in deiner Kindheit, du sagst mit zehn Jahren, wann haben die sich getrennt, die Eltern? Wie alt warst du da? Äh, sieben, glaube ich. Sieben, mhm. Mit zehn Jahren hast du angefangen. Gab es da in der, also sagen wir mal, früheren Kindheit, also zwischen vier und zehn, sagen wir mal so in der Zeit, gab es da irgendein Ereignis, jetzt abgesehen mal von der Trennung der Eltern, das dir im Nachhinein Angst macht oder was du grauenhaft findest? Also, ich kann mich, ähm, an, also überhaupt sowieso an diese Zeit gar nicht erinnern, auch als meine Eltern noch zusammen waren. Also ich kann mich an diese Zeit irgendwie gar nicht mehr so erinnern. Also, das ist so mein Problem, also ich überlege dann ja auch, so ja, was könnte dann da passiert sein, und so viel mit Therapeuten gesprochen, aber es ist einfach, ich kann mich an diese Zeit überhaupt gar nicht mehr erinnern. Hast du einen Freund? Nee. Hattest du schon mal einen Freund? Ja. Kannst du Sexualität so genießen, wie man das eigentlich so sollte? Äh, schwierig. Warum? Ähm, naja, also, kann ich, also, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also, ähm. Macht dir nicht so Spaß? Ähm, na, es kommt drauf an, also, also, ich würde sagen, ist relativ normal jetzt, also, ist, ja, in manchen Situationen schon, weil ich eben auch öfter so diese Depressionen habe irgendwie, das macht es wahrscheinlich schwierig. Ja. Und ich muss mal so tippen. Ähm, wie lange warst du mit deinem Freund, oder mit deinem, deine längste Beziehung, wie lange hat die gehalten? Äh, ja, knapp ein Jahr, glaube ich. Also. Warum ist die auseinandergegangen? Ähm, ja, aufgrund meiner Depressionen. Ja. So, auf jeden Fall. War die Sexualität untergeordnet für dich in der Beziehung? War die nicht so wichtig? Ja, also in dem Moment schon, auf jeden Fall. Hast du schon mal einen Orgasmus erlebt? Äh, 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 nicht wirklich. Mhm. Also, Juliane, ich, ich glaube ja, ich, ich bin kein Psychologe, das weißt du ja. Ja. Ich, ich glaube nur, wenn jemand, äh, seit zehn Jahren und sowas, das ist ja schon etwas sehr Drastisches, was da passiert mit dir. Ja. Ich glaube, dass das eine tiefe, eine tiefe, tiefsitzende, schwerwiegende Ursache hat. Aber, ähm, was, äh, wie weit, ähm, hat denn, ähm, die Sexualität in dem Sinne, also, wo ist denn da die Verbindung jetzt? Also, weil... Das wäre, das wäre ganz, ganz, äh, unverantwortungslos, wenn ich da jetzt irgendwelche Mutmaßungen aussprechen würde. Ich habe nur mal einfach so ein bisschen gefragt, um, 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 einfach mal so einen Eindruck, äh, zu kriegen. Ja. Ähm, ich, es kann sein, dass die Sexualität eine große Rolle vielleicht spielt dabei. Ich weiß es nicht. Ja. Das sage ich dir ganz offen. Aber was ich weiß und was hundertprozentig richtig ist, ist, dass du in eine gute therapeutische Behandlung musst. Ja, ich habe schon mehrere Therapien hinter mir. Das ist einfach irgendwie, ja, es ist, glaube ich, auch ganz, ganz schwer. Also, dass jetzt irgendwie, also, Depressionen kann man irgendwie hinbekommen. Auch wenn man es, ähm, halt mit Antidepressiva oder so versucht, denke ich mal. Also, nehme ich jetzt auch nicht, aber, ähm, es ist schwierig. Also, habe ich schon mehrfach versucht und auch durchgezogen. Aber es ist einfach so schwierig, irgendwie daran zu gehen und das auch wirklich aufzugeben, weil das für mich, ähm... Glaube ich, glaube ich. Das ist ein Lebensinhalt ja schon für dich. Du bist ja quasi jetzt so sozialisiert schon und konditioniert, wenn du das zehn Jahre gemacht hast. Ja. Ich halte das dennoch für sehr, sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, was für eine Art von Therapie das ist, um wirklich an die Ursachen ranzukommen. Ja. Und da habe ich eine fachmännische Beratung im Hintergrund, die dir genau sagen kann, in welche Richtung du etwas einfädeln solltest. Ja. Und das möchte ich jetzt gerne, dass du weiter mit meiner Psychologe, mit der Magdalena sprichst. Ja. Und, äh, hoffe, dass, dass dich das weiterbringt und fände es toll, wenn du nochmal einen neuen Versuch dann in Richtung Therapie, die für dich gut ist und zugeschnitten ist, machen würdest. Mhm. Denn du musst etwas unternehmen. Das finde ich ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay. Liebe Julian, du legst bitte auf. Mhm. Und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Michaela. Michaela ist 39. Hallo Michaela. Hallo Domian. Guten Morgen. Und was geht es bei dir? Bei mir geht es darum, ich vermisse meinen Sohn seit drei Jahren. Seit drei Jahren? Ja. Äh, wie alt ist der Sohn? Er ist mittlerweile 19. 19 und ist mit 16 verschwunden. Ja. Wie ist er verschwunden? Ähm, dadurch, dass wir eine sehr schwierige Familiensituation hatten. Ja. Da Patricks Vater, Patricks Vater also sehr früh verstorben ist. Mhm. Wie alt war der Junge da? Als der Vater verstorben ist? Ja. Sechs. Sechs. Und, ähm, daraufhin hatte ich dann eben halt wieder geheiratet. Und mit dem Mann hat es also nicht so gut geklappt. Mhm. Und dann habe ich mich scheiden lassen, habe wieder geheiratet. Mit dem Mann klappte das dann auch nicht bei dem Jungen. Mhm. Ich habe also drei Kinder. Mhm. Ähm, und, ähm, war dann eben so, als ich mich dann von meinem letzten Mann getrennt hatte, war die Familien-Situation so eskaliert und der Brett, also mein Sohn so problematisch. Ähm, dass ich, ähm, den zu meiner Freundin gegeben hatte. Mhm. Und als Pflegefamilie quasi hat er sich dort aufgehalten. Wollte er das? Das wollte er auch. Er wollte das. Ja, genau. Er wollte also auch weg. Das war auch alles soweit klar. Mhm. Und ich habe mir in der Zeit mit meiner jüngsten Tochter, die noch zu Hause lebt, eine Wohnung gesucht. Mhm. Und, äh, hatte auch danach dann noch Kontakt zu meinem Sohn. Mhm. Das ist vor drei Jahren eben. Da hat er uns dann eines Tages besucht am Wochenende. Mhm. Mhm. Und ist ganz normal gefahren mit Tschüss. Mhm. Und das war das, äh, dann kam 14 Tage später nochmal eine SMS von ihm. Mhm. Mhm. Und ist er denn damals, als er Tschüss gesagt hat, nicht zurück in seine Pflegefamilie gefahren? Nein. Äh, aber haben die dich dann nicht schon früher informiert, dass er nicht aufgetaucht ist? Was, was haben die denn geglaubt? Ja, dem war das so ziemlich egal. Ach so, die waren gar nicht so sehr, äh. Die waren gar nicht so sehr interessiert, nee. Der ist nicht gekommen und da haben die gedacht, naja, kommt der halt nicht. Ja, ganz genau. Weil er ist öfter schon mal abgängig gewesen bei denen. Ja. Und die haben sich dann keinen, keinen Kopf darüber gemacht. Wann hast, nach wie vielen Wochen hast du denn mit denen dann zum ersten Mal geredet? Also ich hab, ähm, durch Zufall eigentlich, da war der aber mittlerweile schon gut drei Monate weg erfahren, dass der überhaupt verschwunden ist. Aber dass du dann nicht mal bei denen angerufen hast? Das ist eben, weil es waren immer mal, wie gesagt, Zeiten dazwischen, dass er sich nicht gemeldet hat. Das war auch vollkommen okay. Ja. Weil ich wollte ihm da auch zu nichts drängeln. Also du hast es erst wirklich realisiert, nach drei Monaten quasi. Ja. Da hast du mit denen Kontakt gehabt, da haben die gesagt, nee, bei uns ist er nicht aufgetaucht und bei dir ist es eben... Der ist weg, interessiert uns auch nicht, wo der ist. Da soll er da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Er hat keine besonderen Sachen mitgenommen? Nein. Keinen Koffer, keine seine... Keinen Koffer, keine Sachen abgeholt, gar nichts. Der hat noch Kleidungsstücke bei seiner ältersten Schwester gehabt, noch Sachen eigentlich, die ihm viel wert sind, an den Annenken an seinem Vater. Die hat er alle dagelassen. Ja. Ich vermute mal, dass du dann die Polizei benachrichtigt hast. Ich habe die Polizei benachrichtigt. Ja. Es ist also auch so gewesen, ich war jetzt vor, das ist noch keine Woche her, noch mal bei der Polizei, weil meine jüngste Tochter wird, ja sagen wir, sehr auffällig eben, weil sie ihren Bruder sehr vermisst hat und versucht also auch so ein bisschen in die Fußstadt zu treten. Ist also beim Ladendiebstahl zum Beispiel jetzt auffällig geworden und dadurch hatte ich jetzt zwangsläufig auch Kontakt mit der Polizei, habe dort also dann mit der Kripobeamten auch noch mal über meinen Sohn gesprochen und sie mir also ganz klar gesagt hat, dass also auf Seiten, dass ich noch mal eine Vermisstenanzeige machen könnte oder sonst irgendetwas, nicht mehr ginge, weil er mittlerweile 19 Jahre alt ist. Weil er was? 19 ist mittlerweile. Verstehe ich nicht. Nur weil er 19 ist, kann man keine Vermisstenanzeige aufgeben? Ja, das ist auch richtig, dann gehen die davon aus, der will sich nicht melden oder der will keinen Kontakt haben. Aber die wissen, dass er verschwunden ist, als er 16 war. Das wissen die, ja. Wie oft hattest du denn, ich wundere mich, dass du das gerade so, du hast gesagt, du hast beiläufig, weil du sowieso bei der Polizei zu tun hattest, dieses Thema noch mal angesprochen. Eigentlich müsstest du doch jeden Monat, jede Woche bei der Polizei sitzen. Ich habe die erste Zeit, die erste Zeit also so, dass ich also geguckt habe, dass die Vermisstenanzeige überhaupt rauskam, weil von der Pflegefamilie aus wurde gar nichts gemacht. Es gibt keinerlei Spur? Nein. Überhaupt nichts? Nein. Der hat auch die alten Freunde von ihm, den Freundeskreis, wir sind ja extra aus Dienstlag nach Essen gezogen, um zu gucken, wo der Junge abgeblieben ist, weil die letzte bekannte Adresse war hier in Essen. Was vermutest du? Verbutest du ein Verbrechen? Ich vermute, dass der abgerutscht ist. Was heißt abgerutscht? Dass der in die Drogenzähne gerutscht ist und ich weiß auch gar nicht, ob der noch lebt. Ist ja eine schlimme Überlegung. Ja. Für eine Mutter ist das ja das grauenhafteste überhaupt. Das ist ganz schlimm. Ich habe also auch ganz, ganz lange immer hin und her versucht, mir Hilfe zu holen, jetzt bei einem Psychologen. Wie heißt denn dein Sohn? Patrick. Ja, das hast du schon gesagt. Und weiter? Teichmann. Teichmann? Teichmann. Patrick Teichmann. Ja. Mit T. Ja. 19 Jahre. Genau. Und er ist verschwunden in welcher Stadt? In Essen. In Essen? Ja. Vor drei Jahren? Ja. Patrick Teichmann. Du hörst unsere Musik. Ich habe jetzt extra nach dem Namen gefragt, weil ich jetzt ganz schnell überlegt habe, wie kann ich dir vielleicht noch irgendwie ein bisschen behilflich sein? Indem ich jetzt den Namen, indem wir den Namen genannt haben, Patrick Teichmann. In Essen verschwunden. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz kleine Hoffnung nur, dass da irgendwie vielleicht irgendjemand was hört. Ich weiß es nicht. Das hoffe ich. Ich finde natürlich auch sehr, sehr schlimm für dich. Wie verkraftest du das? Gar nicht. Du hast es gar nicht. Was ganz schlimm ist, dass seine Schwester verkraftet das auch nicht. Die hat sofort erst wieder einen Suizidversuch gemacht. Ich erinnere, wir rufen dich jetzt mal nochmal an, weil die Sendung geht vorbei und wir schaffen das jetzt nicht. Wir müssen uns ja noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Okay. Der Nächste bitte auf und wir melden uns gleich bei dir wieder. Okay, danke. Okay, bis gleich. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war es für heute und für diese Woche. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes und großames Wochenende.